Der größte Irrglaube im Hundetraining ist folgender. Immer wieder erzählen wir Menschen, dass sie der Meinung sind, dass sie mit ihrem Hund mindestens 100 verschiedene Verhaltensweisen erarbeiten müssen oder tausende von Übungen üben müssen und ihn hier noch auslasten müssen und da noch auslasten müssen und da müssen sie noch was tun und hier müssen sie noch was tun. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass sie immer wieder wissen, warum er welches Verhalten gezeigt hat. Sie analysieren es bis ins Tiefste und sie wollen jegliches Körpersprachsignal direkt wissen. Doch all das ist nicht von so großer Bedeutung. Entscheidend, um wirklich stressfrei und entspannt mit seinem Hund zusammenleben zu können, sind nur drei Verhaltensweisen. Denn es sind die drei Verhaltensweisen, die ich für mich aus den letzten 23 Jahren Hundetraining identifiziert habe, die dafür sorgen, dass wir stressfrei und harmonisch mit unserem Hund zusammenleben können. Die solltest du aber nicht nur kennen, sondern die musst du wirklich können, die musst du beherrschen. Denn ich finde, jeder Hundehalter sollte in der Lage sein, seinen Hund entspannt an der Leine zu führen, sodass er eben nicht zieht. Und jeder Hundehalter sollte seinen Hund auch frei laufen lassen können, weil er sich sicher ist, dass er ihn jederzeit auch ohne Leine zuverlässig abrufen kann. Und jeder Hundehalter muss natürlich in der Lage sein, jegliche Erregungslage seines Hundes gut kontrollieren zu können, sodass, wenn es an der Tür klingelt, wir sagen können, geh auf deine Decke und er bleibt auf der Decke, bis wir sagen, er darf wieder aufstehen. Wenn du diese drei Verhaltensweisen nicht nur kennst, sondern sie wirklich kannst, also sie beherrscht, dann hast du keinerlei Herausforderungen mehr mit deinem Hund. Und dir stehen die Türen offen für alle weiteren Dinge rund um das Thema Hund. Und vor allen Dingen macht dann Hundehaltung richtig Spaß. Wir haben auch untereinander gar keine Probleme mehr. Wir haben keine Probleme mehr mit unserem Hund. Wir haben keine Probleme mehr mit unserem Besuch. Wir haben keine Probleme mehr mit anderen Hundehaltern, sondern wir können tatsächlich alle gemeinsam Verantwortung übernehmen, für das Verhalten unseres Hundes als Vorbild vorangehen und der Welt zeigen, wie schön das Leben mit Hund ist. Ich freue mich darauf, dass du mit mir gemeinsam als Vorbild vorangehst. Viel Spaß dabei!